hallo liebe freunde heute machen wir ganz was tolles heute nehme ich euch mal mit ins abacko ich stehe ja gerade schon vor dem abacko das abacko ist ein altes kanarisches das abacko ist ein altes kanarisches herrenhaus und das ist so ein bisschen ein mittelding zwischen restaurant und museum der eintritt kostet 9 euro das öffnet um 13 uhr und hat bis abends um 23 uhr geöffnet man kann sich also erst oben schön das museum ist ein bisschen wie so ein heimatmuseum das kann man sich da oben anschauen ist wirklich sehr nett es gibt auch eine kleine führung an der man teilnehmen kann da ist so eine ältere dame aus hawaii ist auch total nett und die erklärt dann auf englisch die gesamte geschichte dieses wunderschönen gebäudes ja wenn man dann das ganze von ihnen angeschaut hat dann kann man halt unten im restaurantbereich noch was essen oder den einen oder anderen leckeren cocktail zu sich nehmen diese tolle mischung aus museum und restaurant die schauen wir uns jetzt mal näher an so am Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020